Yo, 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 Zocker! Willkommen zurück. Ich bin hier mal zur nächsten Mission gefahren von Playboy. Ich parke hier mal auf dem Parkplatz, weil wir haben gerade eine coole Karre. Und dann schauen wir doch mal, was es denn hier so gibt im tollen Apartment. Das war's. No? No. Some motherfucker's been calling me a phony, calling me a snitch, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you need this guy silenced? Yeah. He hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay. What does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? Now, he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye. He a hustler. Eh? Homie ain't too brawly, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So, he's the average one? Look, he's brown-skinned B. Motherfucker be rockin' baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers. Know what I mean? And sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus! Take this. Head down there. Take a photo. Send it to me. I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Yeah! Wir haben ein neues Handy! Woohoo! Wizz! Mit animierten Desktop, Hintergrund, Bildschirm. Und warum steht hier so ne Kackkarre, ey? Ich hab hier gepaart! Eben! Meine Superkarre. Ja, dann nehmen wir die. Die wird die... Das wird die Kackkarre vom Playboy sein. Ach, was soll's. Ach, da steht's doch! Wobei, fällt grad ein, das könnte ne Schießerei geben. Und mit offenem Dach ist das da, glaub ich, nicht so klug. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, das ist ja gar nicht so weit. Das ist ja hier um die Ecke. Super. Dann fahren wir doch mal mit dem Hammer-Imitat hier. Und ja, was auch immer er gesagt hat, glaub ich. So, also. Wir haben zwar jede Menge Beschreibungen bekommen, wie der Typ aussehen könnte, aber irgendwie war das zu viel oder auch zu wenig, was auch immer. Und deswegen müssen wir jetzt ein Foto schießen von dem Gruppchen. Und dann sagt der Playboy uns, glaub ich, äh... Ja, wer dazu sein wird, denk ich mal. Mach ein Foto der Gangmitglieder und schick es an Playboy. Halte Abstand. Um mit deinem Telefon ein Foto zu machen, musst du zuerst das Hauptmenü aufrufen und drücke hoch, um das Telefon aufzurufen. Hä? Drücke Eingabe, um das Hauptmenü des Telefons auszuwählen. So, scrolle mit dem Menü nach unten und wähle Kamera. Aktiviere die Kamera, indem du Eingabe druckst. Kamera. Zack. Benutze Maus, um die Kamera zu bewegen. W und S zum Reihen- und Raussuchen und Eingaben, um ein Foto zu machen. Ja, wir stehen hier, glaub ich, äh... Wir gucken gerade nach vorne, das heißt, wir können die Kamera auch nicht so wirklich bewegen. Wieso nochmal aussteigen hier? So, Abstand halten. Ich hoffe, dass das hier von dieser Straßenseite geht. Ich weiß es nicht mehr. Als Mauler. Ich mach hier ein Foto. So. Äh, ich erkenne ja gar nichts hier. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da. Und das sind die da hinten, ne? Ne, das, äh, kriegen wir nicht hin, oder? Reicht das? Gucken wir mal, senden wir mal ein Playboy X. Ob das reicht? Ich glaub's nicht. Ja, dann fahr vorbei, Manu. Ochse. So. Jetzt leuchtet Playboy X da unten. Ah. Manu ist derjenige, der wie eine verdammte Kanarie ist, die wehren diesen gelben Jacket und Scheiße. Geh rein! Ich mach's. Alles klar. Super. Ähm. Abknallen. Vielleicht können wir das auch wieder von hier machen, indem wir die Sniper-Waffe benutzen. Die uns schon so... Mh. ...schönen Dienst erfüllt hat. Gucken wir mal. Ob das hier durch den Zaun geht. Pfff. Ja. Soviel dazu. Rein hier in die Karre und abhauen. Wir waren's nicht. Wie viel Geld hat's gegeben? Ich hab nicht geguckt. Scheiße. Ich muss so schnell wegspringen sehen. Naja. Ich könnte ja zurückspringen. Ja. Das ging schneller als ich dachte, ja. Und die Sniperwaffe ist uns da doch, äh, gut, ist uns da doch, äh, recht, äh, ein recht guter Freund, sag ich mal. Und die Punkte werden immer weniger. Da unten ist sogar der Franz, ist wieder eingezeichnet. Aber wir haben auch noch den Drain, von dem haben wir noch gar keine Mission gemacht. Deswegen werden wir jetzt, äh, von ihm mal eine Mission machen. Sobald ich hier richtig lenken kann. So. Ah, komm, trete das Gas wieder durch. Einmal im Block, um einen Block, um den Block fahren. Gummie! Juhu. What? Was will denn die jetzt? Hey, Nico, ich bin ich. Ja? Wer bist du? Kannst du mich erinnern? Das ist nicht wichtig. Du musst mich außerhalb des United Liberty Paper Building in Algonquin. Es ist sehr wichtig, dass du da bist. Goodbye. Äh, ja. Okay. Sehr wichtig. Das blinkt. Die Michelle. Nee, die lassen wir jetzt erstmal sitzen. So. Mir egal. So. Ähm. Ach, wir müssen da. Ach, wir müssen da hin. Da hin, da rein. Das Gebäude. Bitte ohne Waffe in der Hand. Das sieht hier wieder so Ghetto-mäßig aus. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht direkt erschossen oder so. Da hinten ist das D. Da müssen wir hin, ah. Oh, es ist du. Du bist allein? Ja, wie geht's? F***ing groß. Was denkst du? Ja, es ist schwer, zu leben mit dem Vergangenen, hm? Ja, besonders wenn die Präsenz turned into an asshole. Psch, f***ing b***h. Nobody wants to roll with me no more. It's like I'm tainted. What do you mean? Playboy don't wanna hang no more. He pays for you to come over instead. My girlfriend, the love of my f***ing life. Man, I was pulling moves in the joint so this b***h could pay rent. Now she won't answer the phone. Man, I gave her everything when I was inside. Cars, houses, apartments, bank accounts, everything. I heard she hangin' with Javon now. Who? Some punk who fucking talked. Sweers he wasn't involved in me going down, but I knew. I knew his ass was lyin'. Now motherf***er's fucking my girl? Mm, for real? Shit is f***ed up, man. Sometimes I just wanna end this shit. Just, bam. But I ain't there yet. Mm-mm, not quite. Listen, why don't you go talk to her? Psst, ain't shit to say. Then I'll go speak to both of them. They'll ask for your money back, and if they don't agree, I'll make them. Where did they hang out? At some arcade in Chinatown. Uh, look man, don't bother. No, I'll bother. I'm getting paid. And besides, you remind me of me. Aha. Okay, begib dich zur Spielhalle in Chinatown. Ja, krank sind hier alle irgendwie. Also da, da, ähm, frag ich noch nicht mal mehr nach, äh, was die alles hier für Gewohnheiten haben oder, äh, Problemchen, ne? Wir machen einfach unseren Job. Hopp, hopp, unseren Job. Nehmen wir mal hier so ein, so ein, etwas ältere Firebird-aussehende Karre. Aus den 80ern, würde ich sagen. Sind wir, glaub ich, nie gefahren. Äh, achso, müssen wir da hinten hin? Uh, das ist einmal quer durch die Stadt. Na gut. Kommen wir hier durch? Nee. Oh. Ui, die beschleunigt aber schnell. Ziemlich gedacht. Ja, kann man richtig schön driften. So, dann geben wir mal Gas hier. Uh, wie lange das geht? Nein, da vorne geht's nicht weiter. Dann wohl doch ich. Aber hier, komm, links ist es jetzt noch auf die Straße, oder? Links, ja. Ich denke mal, hier können wir Gas gehen. Das ist hier am Central Park. Oh, da wäre eine Sprungschanze gewesen. Hätten wir schön einen Stunt machen können. Verpasst. Ich hab' ich auch zu spät gesehen. Ich dachte, es wäre ein Auto. Das darf nur keiner abbiegen, also sonst haben wir nämlich ein kleines Problem. Oh, wir schlingeln uns hier so durch. Schlängeln? Äh, schlingen. Wir schlängeln uns hier so durch. Äh, schräg. Ähm, hier. Da. Ah, okay. Noch einmal hier wieder. Ich hab' Times Square. Oh, das Polizei. Ich, äh, reihe mich mal hier ein. Auch wenn ich irgendwie falsch stehe. Ah, da. Äh, rühn. Ah, okay. Warum? Das ist sehr viel Polizei sogar. Jetzt bloß nicht dran dötchen hier. Wie schlecht ist die Karre gar nicht? Wenn man die im Driftbereich äh, nur kontrollieren kann? Ist die ganz in Ordnung. Ähm. Lass wir dem mal vorbeifahren. So. Hey! Sind Sie die zwei Snakes, die Dwayne Forge spielten, als er in der Stunt? Er will seine Geld. What? Dwayne must have finished his bid. Shit. He gonna be mad angry. Suck your mother! Ähm. Ausschalten, aber leben lassen. Okay. Ich brauch' erst mal eine Karre hier. Das wird lustig. Mal gucken, ob wir den hier wegkrammen können oder so. Ich hab' auch keine Ahnung, wo der gerade ist. Nach Jagd auf, ja. Ja. Wie weit ist'n der weg? Da links ist er. Wie kommen wir denn jetzt da rüber? Hier, würd' ich sagen. Entschuldigung, ich muss hier rein. Ich glaub' ich glaub' wir müssen einfach nur vom Motorrad einmal kicken. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ganz gut, dass ich dieses Karre habe. Die schleunigt doch recht schnell. Er hat'n Motorrad, vielleicht bumm's mal den jetzt einfach mal... Och, was macht der denn? Bumm's mal den einfach mal an. Na, er ist tatsächlich wirklich gut, dass diese Karre hat. Ist eigentlich recht fix. Ah. Das war nicht ganz so fändig. Was macht er denn da? Ich will ihn nicht erschießen, ich will nur seinen Motorrad treffen eigentlich. Scheiße, leider ist das ja mir zu unsicher. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, Gasko. Ich will ihn einfach mal vom Motorrad kicken mit dem richtigen Move, aber das ist halt nicht so leicht, ist das Problem. Wow! Alter! Ach, Mann ey, scheiß Bordsteine oder was auch immer das war. Jetzt verlieren wir den gleich noch. Och, zum Glück ist die Karre weiter schlimmer. Stehen wir vor, wir hätten einen Familienwagen oder so. Oh, wir dürfen nicht verlieren, wir dürfen nicht verlieren. Scheiße, ist so weit weg. Kein Fahrfehler machen, no. Loser, loser, loser. Geiser. Scheiße, kriegen wir den noch. Jetzt ist der verdammt schnell. Ich versuche ihn jetzt wirklich hier von hinten an zu rammen. Komm, jetzt. Nicht abbiegen. Nicht abbiegen. Scheiße, was mache ich hier? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, Mann ey. Ich krieg den nie. Ich bin Penner. Wenn die Karre jetzt noch kaputt wäre, dann hätten wir noch ein Riesenproblem, ey. Komm, jetzt aber hier schon gerade ausfahren und dann kann ich hier mal eine richtig hinten rein krachen. Scheiße, er beschleunigt so schnell. Ach, Mann ey. Nicht abbiegen. Scheiße. Aber er ist vom Motorrad runter. Raus. Nico. Jetzt hat er eine Knarre. Das gibt's doch nicht. Und jetzt? Alter. Alter. Fuck. Das gibt's doch nicht. Nein, ey. Ich darf ihn nicht töten. Das gibt's doch einfach nicht. Aber, aber er schießt doch. Wie sau auf mich. Soll ich ihn denn nicht töten? So ein Kacke, ey. Mission nochmal machen. Komm. Hau rein. Hoffentlich dauert die Fahrt jetzt diesmal nicht so lang, ey. Gib dich nach, zur Spielhalle nach Chinatown. Ja. Okay, das werden wir gleich nochmal machen. Aber im nächsten Part, genau. Sonst wird das hier viel zu lange. Ja. Wenn euch dieser Part trotzdem gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kommentiert und abonniert und teilt das Video. Ich freu mich darüber. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschö.